So, schön, dass ihr wieder hergefunden habt. Heute zeige ich euch ein Decoder Case für den Blackberry Bolt 9790. Heute möchte ich euch ein passendes Case vorstellen. Und zwar von der Firma Decoder haben wir diesbezüglich ein Hardcover Case zugeschickt bekommen. Diesmal in der Farbe Blau Kachel. So, das Case wollten wir euch gerne mal zeigen. So, hier seht ihr das. Hardcover, fest, nicht flexibel. Diesmal etwas farbenfroher. Ein wenig Abwechslung soll das Ganze mit reinbringen. Nicht immer schwarz, sondern wie gesagt hier in den unterschiedlichen Farbtönen. Die Decoder-Logo ist hier hinten auch fein eingearbeitet. Im Ganzen sieht es sehr hochwertig aus. So, schaut selber einfach mal. So, ich werde das jetzt mal ansetzen, entsprechend das Case. So, Grip hat es auf jeden Fall. Und das war es auch schon. So, hier zeige ich euch das Case einmal direkt ganz nah am Blackberry Bolt 9790. Hochglänzend. Alles was wichtig ist, ist frei zugänglich. Kamera, Blitz, seitlich. Die Tasten sind auch frei. Hier unten der USB-Ladeanschluss und der Audioeingang. Dieses Case schützt hauptsächlich das Gerät von der Rückseite und schmückt es auch ein wenig aufgrund des farbenfrohen Covers. Ja, das ist jetzt Geschmackssache. Ob man lieber Silikon oder ein Hardcover mag, das ist mal was ganz anderes. Die Couture ist fein eingearbeitet. Das gefällt mir immer richtig gut. Blau etwas anderes mal. Interessant wäre, wie ihr das Ganze findet. Schreibt uns doch mal in den Kommentaren zur Review direkt mal eure Meinung, wie ihr dieses Case in Karo findet. In Karo-Blau. Ja, das war es auch schon. Zur Review auf Macberry könnt ihr dann noch einige Fotos sehen und auch natürlich direkt einen Link zum Online-Shop, wo ihr dieses Case auch beziehen könnt. Danke für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten. Oh, ja. Danke.